Thomas Oppermann auf dem Platz des Bundestagsvizepräsidenten, ein erfahrener, besonderer Parlamentarier, so beschreiben den SPD-Mann viele, am Morgen nach seinem Tod. Bundeskanzlerin Angela Merkel schreibt, ich bin bestürzt und traurig über den viel zu frühen Tod Thomas Oppermanns. Sie habe ihn als verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner geschätzt. Der gebürtige Westfaler Oppermann macht in Niedersachsen Karriere, Landtagsabgeordneter, später Wissenschaftsminister. Im Bundestag lenkt er in zentralen Rollen die Geschicke der SPD-Fraktion als Vorsitzender, davor lange Jahre als parlamentarischer Geschäftsführer. Ich habe ihn außerordentlich geschätzt als einen aufrechten Sozialdemokraten, aber vor allen Dingen einen leidenschaftlichen Demokraten, der nie gezögert hat, wenn es ihm wichtig gewesen ist, auch gegen die Mehrheit und gegen die öffentliche Meinung das zu sagen, was er für richtig hielt. Die Grünen-Chefin sagt, Oppermanns humorvolle, unprätentiöse, einfach feine Art werde fehlen. FDP-Generalsekretär Wissing nennt Oppermann einen Realpolitiker mit großem Herzen und klarem sozialdemokratischen Kompass. Thomas Oppermann war am Abend kurz vor einem Fernsehinterview zusammengebrochen. Er starb danach in der Uniklinik Göttingen. Oppermann wurde 66 Jahre alt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.